Willkommen zurück zu E-Likes 2. Heute nähern wir uns mit langsamen Schritten langsamen Ende zu, denn wir haben nur noch Hauptquests zu erledigen und ja, alte Liebe rostet nicht, werden wir gleich abschließen und dafür wird die Mission Nüchterne Flamme abgebrochen. Denn wie in der letzten Folge schon angekündigt, werde ich mich für die Fortsetzung der Romanze mit Kaya entscheiden. Das ist einfach für mich nachvollziehbarer. Wir haben mit Kaya viel mehr erlebt, allein schon im ersten Teil und Nira, das ist so ein bisschen, naja, bezwungen will ich nicht sagen, aber es passt einfach nicht. Das mit uns hat schon ein... Ne, wir machen das. Und die andere gequerten Quests mit matische Verwicklungen, die läuft so mit der Zeit noch. Wir haben nie darüber gesprochen, was du wirklich da oben auf dem Berg alleine gemacht hast. Ich brauchte meine Zeit, doch glaub mir, es gab keinen Tag, an dem ich nicht an dich denken musste. Aber warum bist du dann nie zurückgekommen? Das hab ich dir doch erklärt. Ich will mehr Emotionen im Gesicht sehen. Das ist einer der Schwächen von Elex 2. Wie hast du mich gerade genannt? Bleib hier, Kaya. Wir hatten das alles schon mal in der Folge Alte Liebe rostet nicht. Aber das ist jetzt einfach eine finale Entscheidung, die ich jetzt im Rollenspiel, im RPG hier, eingehe. Die ist jetzt endgültig. Ah, mein Kopf. Hm, so, dann haben wir das jetzt. Ach ja, das ist die Nesti-Mission. Die hat ja damit geendet, dass sie am Ende dann doch noch sauer auf uns war, dass wir ihr Kopf gegeben haben. Und ich bin mal gespannt, wie die jetzt final ausgehen wird. Ah, mein Kopf. Alles gut bei dir? Sicher. Sehr schön, freut mich zu hören. Ah ja, gefilterst ja. Mitkommen. Wenn du willst. Wir gehen jetzt in die Bastion. Und wenn Nesti die Quest jetzt nicht zum Abschluss bringen will, ich bin gespannt, was da jetzt noch kommt. Ähm, machen wir die Hauptquest weiter. Na, sie will nicht. Gut. Dann quatschen wir jetzt mit T-Hulk. Und, äh, T-Hulk hat ja unsere Vermutung bestätigt. Er hat sagt, T-Hulk hat seine eigenen Pläne. T-Hulk macht hier den Zerdas von Gothic. Wir haben ja letztens schon die Gesprächsoption hier gesehen. Wo ist T-Hulk? Ähm, keine Ahnung. Ich dachte, er wäre bei dir. Ach ja, warte mal. Jetzt fällt mir etwas ein. Er sagte, er wollte noch einmal nach DNA-Fragmenten suchen. Wo genau? Nun, er redete einen Haufen technisches Zeug und irgendwas von einem Hauptformer oder so. Ergibt das Sinn für dich? Marakor. Das ist der, den wir auch noch machen müssen. Tja, dann ist er... Das ist der einzige, den wir noch nicht, äh, gesäubert haben. Das trifft sich ja ganz gut. Ist er bereit, nach Marakor aufzubrechen, Kaya? So wie in alten Zeiten zusammen. Sie nennen dich das Orakel? Ja, ich bringe Ihnen die Lehren der Erde Magalans. Die Stimme aus dem Erdreich. Ich kann sie hören und kenne ihre Bedürfnisse. Du redest vom Elex. Ist das nicht das Gleiche? Sie trauen meinem Urteil und sprechen mir aufgrund meines Wissens gewisse prophetische Fähigkeiten zu. Und? Wie geht es dir damit? Es ist oft sehr nützlich, aber auch zuweilen eine schwere Bürde. Manchmal würde ich am liebsten weglaufen und nie wieder zurückkommen. Hm. Ja. Das kenne ich. Die Stimme aus dem Elex. Da war jetzt... Ja noch... ...hazugekommen... ...dass Kaya vermutet... Was mache ich denn hier? Kaya vermutet, dass das nur der Anfang ist mit den Skullens. Was meine... Eine... ...von vier, fünf Theorien... ...unterstützt, dass... ...am Ende der Trilogie es wieder so einen Gotterkrieg geben würde. Wie bei Gothic. Wir haben noch keinen Teleporter. Ist echt scheiß kalt hier. Willst du meine Klamotten? Nee, lass mal. Lass uns einfach erledigen, was wir zu erledigen haben und dann schnell wieder zurück. Alles klar. Da habe ich natürlich keine Raketen dazu gekauft. Wird jetzt am Hauptvormarkt die wahre Rolle von Dawkins uns bewusst, dass er den nie abgeschworen hat. Er hat ja quasi die Skaijans als Zybrid damals zum ersten Teil gerufen. Das würde auch so ein bisschen erklären... ...ähm... ...oder er ist in einen anderen Blickwinkel bringen, warum die Alps damals so viel Elex gesammelt haben. Nicht nur für sich, sondern halt... ...um... ...noch mehr... ...ähm... ...noch stärker die Anziehung... ...den Skaijans zu schaffen. Weil die ziehen sich gegenseitig an. Jetzt sieht das alles ganz anders aus. Weit habe ich gar nicht gedacht, das letzte Mal. Die Alps haben ein ganz anderes Ziel verfolgt gehabt. Machte sie zwar stärker und emotionslos, aber gleichzeitig haben sie auch die Skaijans gerufen. In dieser hohen Konzentration... ...an einen Punkt. Hier sieht das nur noch Map-Ender aus. Ja, wir müssen hier lang. ...der Hauptformer... ...wahrscheinlich... ...siegt der wieder ganz anders aus... ...die anderen Former... ...und da gibt es in einem bestimmten Raum... ...und da ist Torkids drin. ...und da... ...und da... ...dann müssen wir... ...neben der Hauptkiste natürlich noch... ...die letzten Schatzkarten finden. Da fehlen uns noch zwei zum Erfolg. Dann haben wir zehn. Ach, gibt es noch insgesamt? Überall Frostschaden. So, hier sind wir richtig. Und hinter diesen Hügel ist das Gebiet des Skaijans. Das Dorf hatten wir schon. Komplett durchgekrempelt. Nee. Die Ecke hatten wir durchgekrempelt gehabt. Hier waren wir noch gar nicht. Also... ...Brille aufsetzen. Da war ich hier doch schon. Was sich die Menschen damals wohl dabei gedacht haben? Mit was? Sieht auch so, wie ich... ...wie so... ...ne, ich wollte gerade schon sagen Schienen. Presor. Hier waren wir noch nicht, aber... ...die Brille ist hier ziemlich leer. So, dann wollen wir mal hacken. Ähm... ...Null ist nicht verfügbar. Also nehmen wir die Eins. Die Eins ist kleiner als die Acht. Die Acht ist... ...größer als die Sechs. ...und die Sechs ist kleiner als die Neun. Acht und Neun. Andere Stelle. Eins und Sechs kommen nicht vor. Ah ne, das ist Schwachsinn. Denn... ...dann könnte da nur noch einen Neun hin... ...und das ist ja falsch. Das geht auch nicht. Denn die Acht muss ja irgendwo hin. Machen wir die Acht an der dritten Stelle. Doch, ne. Die Acht kommt an letzter Stelle. Neun. Ach. Neun. Sieben. Acht. Zwei kommt an der dritten Stelle hin. Neun, zwei, acht. Kleinere Zahl als neun. Die Acht ist es nicht. Die Sieben ist es nicht. Die Sechs ist es nicht. Entweder die Fünf... ...die Vier oder die Drei. Die Vier oder die Drei. Die Vier oder die Drei. Das war nichts. Dann ist es... ...drei, neun, zwei, acht. Geht doch. Ja. 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 So einfach kann's sein. Bisschen Köpfchen benutzen. Oh, ein Attributspunkt. Mittlerer Elex-Trank. Große Elixit-Beutel. Messer. Mittlere Elixit-Beutel. Wir können keine Markierungen mehr auf die Karte setzen. Da gab... ...ein Minimum. ...und immer schnell, wie schön es hier eigentlich ist. Freue ich mal Zigaretten. D-Lex out. Dosenflasch. Ja, schön war's hier auf jeden Fall. Ich würde sogar behaupten, diese Welt hier... ...hätte sogar das Potenzial, dass man auch nochmal... ...Wequels macht. Vor dem Meteoriten-Einschlag. So müssen nix. Ach, wie hier ein Jetpack-Tank. Wir haben schon 50. Jetzt finden wir immer noch welche. Schade, dass man... ...noch mehr erweitern kann. Es wundert mich aber auch, dass es hier keine Skianiden sind. Die Konkane. Nachsack. Ich möchte nochmal wiederholen. Und diese ganzen Treibstoffe... ...habe ich ohne das GameStar-Heft... ...über E-Lex 2 gefunden. Einzige Mal, wo ich wirklich ins Heft geschaut habe... ...war... ...als ich einen Händler gesucht habe... ...um etwas zu lernen. Ich hätte nicht wusste, wo ich... ...so eine bestimmte Sache etwas finde. ...eine Audioaufzeichnung... ...ne, doch nicht. War ein Hulu-Projektor. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen... ...mitnehmen. Das ist wieder eine Sammelfolge. Ja, hier geht's rein. Langschwert. Nichts an Brust. Ne, ich bin ja jetzt auf den Großbogen. Nichts an Brust. D-Lex. D-Lex ist immer gut. Spänke machen. Wir brauchen ganz viele Lernpunkte. Aber auch jetzt... ...Gebootspunkte. Teleporter. Der erste Maracor. Maracor West. Aber was haben wir hier? Doch mal wieder was braten. Ich nehme ja nur Tränke. Keine Probleme mehr. Mit dem Ding. So. Verledigt. Symbol von Ravag. Ich weiß jetzt wieder den Namen vom anderen Gott. Und zwar Griton. Und der... ...frühere Gott der Morkons. Der in der Grotte verbannt worden ist... ...und es nur noch eine kleine Sekte gibt. Die so hantiert... ...wie die Krallen. ...die wechseln. Was willst du denn? Aber wie fühlt sich das an, Kaya? Ich kann mir gut vorstellen, dass das hier auch wie eine Karte ist. Meine Herbstoffe haben wir hier schon drei gefunden. Immer Rekord. Aua. Ist sie nicht? Aua. Eine Truhe. Da gibt es auch noch einen Erfolg, den ich noch nicht habe. 100 Truhen öffnen. Ah, wieder ein gelber Stein. Wer weiß, wer weiß. In Teil 1 wurde vom Norden berichtet. Und jetzt ist das hier der Norden. Ich meine, ich habe am Anfang vom Let's Play gesagt, dass dieser Norden, der in Teil 1 angesprochen ist von den Krallen, dass der noch weiter nördlich ist. Aber ich glaube jetzt, dass dieser Norden damit gemeint worden ist. Noch mehr war hier nicht. Dann haben wir die Ecke hier. Ja. 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 Ja.